Hallo und willkommen zur mittlerweile dritten Folge von Varo Race Hallo wir nehmen die Karte genau im Anschluss auf die zweite Folge drauf und ich würde sagen 3, 2, 1 auf den Varo Los geht's wir waren stehen geblieben hier oh 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 gut ähm wir haben sogar ein bisschen rot dieses Mal wollten wir ein paar Diaz fahren gehen das werden wir jetzt auch gleich dann machen Prozent und wir haben Gert die letzte Folge schon alles so ein bisschen verzaubert und haben wir auch schon so also so sind wir ganz gut ich mache mich jetzt schadet zwei schweren ich auch schon mal ganz gut Prozent ganz besonders ob ich eben was finde ich müsste ich hab mir bei den Scheiß ich hab mir gedacht ich weiß ich hab auch noch richtig wenig Lärm ich hab mir jetzt was den großen Rhein und dann kommt davon ja auch nicht was ist das stimmt Jürgen also dass sie jetzt muss dass sie entgegen das ist zwei Reisen und es als erzweilen und ich verzaube unsere ich hab das Ding ist ich bin ich ja haupte die die ganze Zeit im Halbbarkeit und Effizienz gleichzeitlich Leitungsverfahren die Erkrankte er hat die Erkrankte so wie geht ihr bei der Sitzung und die Stimme ja noch nicht noch so gut ich habe ein gutes Bild und es machen ich bin wenn es gut ist er ist bei mir ich schwöre den Platz ist hier und muss er und jetzt hat er auch nicht gebraucht wird es in der Hand Die ist eine Spöne, einfach. Ich seh, ich seh, ich seh, lass safe machen, lass safe. Ja, egal, egal, wir haben verleert, wir haben... Wir kommen hier in die Richtung und jetzt strip meine ich mich einfach wieder. Äh, hast du Holz dabei? Ja. Wie viel? Mehr als genug. Okay, ich mach's. Äh... Ja, dann gib mal, weil dann würde ich Fackeln machen. Jetzt hab ich sechs. Ja, gut, äh... Weil, ich find einfach mit Fackeln ist es einfach erstens sicherer, weil man sieht man direkt, wenn es kommt. Und zweitens kann man da auch besser fahren, weil man halt sieht, was man hat. Gold, Gold, Gold. Jetzt haben die Blätter, also... Sie sind schief in Sarben, jetzt mal ernsthaft. Couchipper, das heißt, sie haben schon Leder. Ja, aber du musst denken, Couchipper, das heißt, sie sind an der Oberfläche, ne? Also, sie fahren gerade Kandidier aus. Sind die 30 Minuten, mal den nicht schon um? Äh, nein, die machen heute auch zwei Folgen, weil die am Montag nicht haben. Ein Stück, oder was? Ja. Das ist auf jeden Fall ein bisschen spannend, weil... Kann sein, dass sie jetzt einfach Glück hatten und schon die jetzt haben, ne? Ja, die haben fast vielleicht die Glück, die hier. Ja. Ich meine, wir haben jetzt quasi das, was wir letzte Folge haben. Ja, die machen jetzt immer so eine Base. Ich denke an, was wir nach der ersten Folge hatten, da haben wir auch schon Wüstung und so. Also, ja. Ich hab auch nichts, was wir uns tun. Aber wie auf jeden Fall, komm mal her. Ja, okay, warte. So, und die sich denn hier bist du, ne? Ja, okay, warte. Ja, okay, warte. Ja, okay, warte. So, und die sich denn hier bist du, ne? Oh, okay. Und dann du hast halt das Ganze, das jetzt, ja. Und jetzt geht's los. Das plus das ergibt's. Charpness. Dann ergibt das und das. Charpness und das und das kombinieren. Den gibt es manchmal Schrecknis 2. Oh yeah. So, und ich brauch hier schon mal das Eisenal. Mach mich auch. Ich mach mir direkt den Schaden, das ist 2 Bogen, ne? Ach so, ja. Ich hab hier auch noch mal Stings, die gibt's, die du kannst den Schaden, 3 Bogen machen. Mach ich aber nichts. Ich hab das 3 Bogen vor allem. Hä, ja. Ah, ja. Es gibt, das heißt, ich hab die reichste. Ich bin, diese und von der Rolle egal, es gibt mal bitte, die, es ist nur halb, also zwei Stück bei Reichen. Ey, was? Äh, holz. Ich hab es, das heißt, zwei Stück bei Reichen. Ich hab's, das ist so. Wenn dann wichtig, was sind? Ach so, also, so. Ach so. Ich hab's. Ach so, ich hab's. Ach so, ich hab's. Ach so, äh, ich hab's. Ich hab's. Oh, ich hab's. die Stärkung Schärfe Köln ist ja auch noch gar nicht mit Anruf er hat sich nicht mehr zu tun und abwerten das Schöpfchen Schäuze schon zu sagen es ist das Kost aus der Salle die Einrichtung das muss ich auch bei der Zeit er ich glaube auch er hat sich das war auch so nicht ich habe es nach uns das ist das ist ja das ist das ist das ist ich Ich mache das. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich mache das. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin grad nicht in den Glava reingefallen. Ich mache das. Ja. Zwei Herz verloren, aber trotzdem Alter hätte ich das jetzt nicht gemacht. Kritisch. Aller ich jetzt schon wieder ... Oh, 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 oh. Okay, dann kann ich mein Herz wieder. Oh mein Gott. Ich hab ja irgendwas, aber ich weiß nicht wo es über uns. Ich hab hier Lapis. Lapis. Ja. Ja. Hier, 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 hier. Ist so ... Ach du Kacke. Ja, über uns ist eine Höhle noch. Pass auf, dass dir keine Pieper runtergefallen kommt. Creeper. Ach du Kacke, renn, 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 renn. Hopp, 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 hopp. Alles klar. Hey, ich dachte, ich dachte, der wäre tot. Ach, scheiße. Ja, da kann ich uns auch nicht schlafen oder so. Komm schon her. Das ist eine Schlucht. Lol. Ey, wir haben mega Lack. Ach, das ist wieder los. Lol. Junge. Alter. Ich hab halt gar nichts. Ich hab halt gar nichts. Ich hab gar nichts. Äh, es ist grad ein Creeper, einfach explodiert. Ich hab aus welchem Grund auch immer nur Herzen verloren, aber... Alter. Lapis? Alter, wir könnt ihr so gut hier es finden. Auf euch auf jeden Fall. So für alle. Aus uns gebeten. Hier ist Gold. Gold, 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 Gold ist gut. Und ich hab meine Blöcke an der Falschstellung. Das ist ein bisschen suboptimal. Ich habe ein Aus ein double britisch. Voll. Na, naja, man muss überlegen oder manchmal, oder? Ne, ne... hier ist die Wasser. Alter, ist, ist diese Schlucht hoch. So, ne, nein. Ja, hier hier ist, ich hab schon wieder 6 Level, ist auch gut. auch schon wieder in die Welt einfach kein kein Wort die Strenz hat auch schon wieder wir trennen uns auch schon wieder ich bin zu dir und welche Richtung bist du gegangen ich bin in der Richtung zu holen in den innen und hier wird es Prozent es ist nicht so gut ist in innen eigentlich ist die Schamtsammer oder oder es ist es ist es ist es ist es worden und ich kann aber er ließen doch aber ich glaube ich sie wollen Loll, weiß doch was gerade passiert ist. Hier so so ein Hühnchen Zombie gekommen. Die gibt es doch manchmal, ne? Ja, hier ist 100 von uns. Wir kommen halt gerade die ganze Zeit zum Essen. Ich kann halt gar nicht aufbauen. Oh, ganz mal, ganz mal. Ich hab die auf! Oh mein Gott, nice! Ah, meine Smittergescheidung. Aber, kann ich nur hier so aufbauen? das ist eine richtig und ich hab glaube ich halt nur nur mit den stunden die enden ist vor ich hab jetzt mal zwei ganzes 3 4 6 die ersten was alternativen ich glaube dass man bei der Hauptschlucht treffen einfach gerade wieder muss man bitte kommen ja mann ja wo ist denn die Hauptschlucht ja ich habe noch an abhause und 6 die als der 6 die ab und wo wo wohl nur ich habe nämlich die müssen zum Beispiel und die Daten die GmbH von Meierkommar kommen und dort bei jedem ist noch weiter ist es ist gar nicht erlangen die ich in die Welt zu gehen denn es gibt mir so richtig genau genau gerade hier ist halt noch richtig kohle und so macht ihr auf jeden fall aber auch genau da wird wenn ich nicht eigentlich und die 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 Prozent es ist nicht so wichtig wenn das ist die Kinder durch das Kind Prozent ich weiß nicht nur oder eine Ero ich weiß nicht mehr wo ich noch der Kiki er ist er wird aber ich habe es gibt es gibt auch schaden es ist ja ich komme jetzt zurück zu so ein paar ich habe drei jetzt hier aber ich will gerade sagen wo mein Gott es gibt auch er muss in der Eingang zu unserer Dienstung er ist ja es ist der Harno ich habe mich immer genau hier wenn ich mich aber nicht nur genau wie er als Zauberkopf ich glaube auch die Kinder mit der Erde wenn ich ein ein bisschen genau so ist und die müssen auch schon gehofft und die Kammerler Prozent wie es 1 Minuten ja aber wir haben am Anfang noch ein bisschen also jetzt sollten wir uns schluss machen aber so das ist die perfekte Idee 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 gut, dann würde ich sagen, wir gehen vom Server warte, was ist hier noch drin? hier sind da sowieso noch ein paar Steine und sowas drin gut, dann jo leften und ja unser Ziel ein paar Dias zu bekommen das haben wir geschafft ich hab jetzt 3 ja, das ist auch gut ich hab einen Bogen mit Schärfe 2 und ich könnte mir jetzt auch noch Schärfe 3 machen äh, derke 3 wir brauchen noch ein paar Dias für Dierrüstung 6 Stück haben wir schon also eigentlich 7, weil wir haben um eine Kiste noch ein und was brauchen wir noch? jetzt können wir auch mit Büchern verzaubern ja ja, und dann noch ein bisschen Dias finden wir nicht schlecht und dann eigentlich die Hölle aber ja, erstmal Dias würde ich sagen so ungefähr bis wir halt so fast Fuldia sind oder Fuldia und dann in die Hölle ähm, ja und dann können wir fighten ich hätte richtig Bock eigentlich ich hätte auch richtig Bock ich hätte auch richtig Bock ich hätte auch richtig Bock das war ja das war ja